Der Bundesrat hat entschieden, dass grosse Veranstaltungen bis Ende Sommer verboten sind. Wir haben diesen Entscheid akzeptiert und das Ilhanser Städtelfest auf den 6. und 7. August 2021 verschoben. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie, Herr Bundesrat Alain Berset, zusammen mit Herrn Dr. Daniel Koch, uns nächstes Jahr in der ersten Stadt am Rhein besuchen würden. Nationalrat Martin Cadines, der hier neben mir steht und seit Jahren Gast von Ilhanser Städtelfest ist, wird Sie sicherlich durch unsere schöne Altstadt begleiten. Lieber Manuel, es wäre schön, wenn Bundesrat Alain Berset uns besuchen würde nächstes Jahr. Also ich werde mit ihm auch noch persönlich sprechen und ihn motivieren, in die wunderschöne Stadt Ilhans zu kommen. Wir denken, gerade dieses Jahr fehlt uns das Städtelfest, es fehlt uns allen. Und ich glaube auch, dass wir gerade zu diesem Zeitpunkt daran denken sollten, was für eine Arbeit dahinter steht und wie fest uns das Fest auch fehlt. Und so auch dankbar sind den Organisatoren und auch allen Teilnehmern, die sich jedes Jahr für das Städtelfest engagieren. Und in dem Sinn freuen wir uns doch gemeinsam auf das nächste Städtelfest. Ich wünsche euch allen viel Spass mit den Glavonia Pipes and Drums. Steht sein, Satz rijäge. Dave, ham. Heiß, up. Heiß zu dran. Skop см praising. Power of skopum. Roller. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.